Wunderschönen Wochenstart, lieber Peter. Ja, auch dir wunderschönen Wochenstart, lieber Fabio. Wir sind ja, das ist ja Mittagszeit. Mahlzeit. Danke für die nette Erwähnung, dass du mich da drei Stunden früher reinzitierst, um dann doch, na ich habe noch nicht Zeit. Aufgrund zahlreicher Vorfälle in den vergangenen Wochen herrscht ab sofort ein striktes Nutzungsverbot von Fahrrädern und Rollern im gesamten Areal des SV Stripfing Gernot-Langes-Stadions in Wattens. Unterzeichnet Julian Heiß, Geschäftsführer Wirtschaft, Stefan Köck, Manager Sport und Robert Thomscher. Nachwuchsleitung. Weil, keine Ahnung, das ist wirklich lustig, Betreffverbot der Nutzung von Fahrrädern und Rollern im gesamten Areal des Gernot-Langes-Stadions. Wir möchten Sie darüber informieren, dass ab sofort die Nutzung von Fahrrädern, Inlineskates und E-Kammer-Rollern im gesamten Areal des Gernot-Langes-Stadions untersagt ist. Dieses Verbot tritt unverzüglich in Kraft und gilt für alle Besucher, Gäste und Nutzer des Stadions. Wir verstehen, dass Fahrräder und Rollern beliebtes Fortbewegungsmittel sind, aber um die Sicherheit aller Stadiongäste sowie den Schutz der Infrastruktur zu gewährleisten, bitten wir Sie, diese außerhalb des Geländes abzustellen. Vor dem Stadioneingang stehen ausreichend Abstellplätze zur Verfügung, wo der Fahrzeuge sich verwahrt werden können. Auch bei anderen Freizeit- und Richtungen wie beispielsweise dem benachbarten Alpenbad werden entweigeregelt umgesetzt und entsprechend eingehalten. Blablabla. Ja, die Welt ist in Ordnung eigentlich doch bei der WSG. Am 29.09. ist das veröffentlicht worden. Ich wollte euch das nicht vorenthalten. Es gibt ja auch einmal gute Nachrichten aus Wartens. Sehr schön. Was ich erst letztens wieder gemerkt habe, die WSG Tirol ja immer mit sehr schönen Pressekonferenzen und seit heuer auf YouTube abrufbar. Wunderschön einerseits, weil der Herr Silberberger auch ganz einfach Dinge anspricht, die dann so sind. Also der gambelt nicht und sagt, ich sage nichts über die Aufstellung, sondern er sagt ganz einfach, ja der fehlt noch, der ist dabei, bei dem müssen wir schauen, wie es ist und so weiter und so fort. Also relativ unverblümt und ehrlich. Natürlich super zum Anschauen. Und das Zweite, bei jedem einzelnen Spiel hängt da ein Wimpel, der mit dem Logo der WSG Tirol und dem Logo des kommenden Gegners drauf ist, plus des Matchdatums. Also ein Matchwimpel für jede Partie der österreichischen Bundesliga. Ich glaube, das hat kein anderes Team in der Admiral Bundesliga. Weißt du, in welcher Auflage die produziert werden? Ich habe keine Ahnung. Oder haben sie eigene Druckmaschine vielleicht? Oder ist es nur Fake? Eingeblendet. Nein, ist es nicht. Aber es ist tatsächlich sehr amüsant. Ich habe auch schon mal geschaut, ob es wirklich vielleicht nur draufgepickt ist. Aber es ist definitiv ein Druck. Und die dürften da jedes Mal, ich wüsste jetzt nicht, warum sie mehr als einen produzieren sollten, aber sie dürften jedes Mal zumindest einen dieser Wimpel produzieren. Und das finde ich schön. Und bei Lenovo auch. Aber wenn man schon Wimpel und WSG, ich hätte gerne so einen Wimpel fürs Auto. Dann hätte ich immer aktuelle. Dann könntest du immer wechseln. Das ist ja so geil. Glaubst du, wäre das möglich? Wenn du es irgendwer hört von den WSG-Menschen. Also ich würde mich extrem freuen, wenn ich so einen Wimpel bekomme. Jetzt muss ich aber noch mal kurz auf YouTube gehen, weil es gibt ja tatsächlich ein wunderschönes Kommentar. Oder ich habe es dir, glaube ich, eh auch geschickt. Zu deiner Liebe der WSG Tirol. Also ja, bitte. Man muss dafür alle Hörer und Hörerinnen noch einmal klarstellen, dass das ja, die schönsten Liebesgeschichten beginnen ja dann doch oft mit einem holprigen Start. Mit Hass meinst du. Und Verachtung. Und es war ja bei dir lang so, dass du immer gesagt hast, na die WSG, um es schön auszudrücken, die brauchst du nicht unbedingt. Ich war absolut der Meinung, dass die, ich habe das mit Thomas Silberberger im Interview damals so angesprochen, ich habe das Konzept nicht verstanden und war auch der Meinung, dass die keine Berechtigung haben, da mitzumachen, wenn sie so ein Konzept haben, weil sie haben keine Fanbase. Aber sie wollen die Formel 1. Ja, richtig. Aber sonst war da nicht voll. Auf jeden Fall ist da ein Kommentar gekommen, es hat so begonnen. Im Sinne des österreichischen Fußballs kann man einfach nur hoffen, dass die WSG absteigt. Kann mir der Peter mal erklären, was sie an diesem Verein findet? Man kann ja Vereine echt auf viele Arten irgendwie interessant finden. Keine Ahnung, als Beispiel Krödig hatte vielleicht auf irgendeine Weise sogar seinen Charme als so richtiger Torverein. Oder Hartberg hat einfach eine ultra-sympathische Präsidentin. Aber was kann man bitte an der WSG finden, Peter? Echt unnötigster Verein aller Zeiten, meiner Meinung nach. Also zweite Liga können sie ja gerne spielen. Da hat es vielleicht auch auf irgendeine Weise seinen Charme im Wattener Stadion. Aber in der Bundesliga als Tiroler Verein einfach nur peinlich. Komplett uninteressant. Und schade, dass sie einem anderen den Platz wegnehmen. Ja, das war ja eh ich, der den Kommentar geschrieben hat. Das war das alte Ich von mir. Ich bin kurz zurückgereist in der Zeit und habe das dann formuliert. Ja, ich kann ja eh nur sagen, wer auch immer das geschrieben hat, liebe Grüße. Und grundsätzlich, ich war ja voll bei dir, aber das, was die WSG die letzten Jahre gemacht hat, war schwer in Ordnung. Da sind Spiele entwickelt worden. Das ist ein nachvollziehbares Konzept. Das ist ein sympathischer Verein. Und dann hat dieser Klub auch seine Berechtigung, auch wenn natürlich das große Thema Stadion ist. Und jetzt, da die E-Roller auch nicht mehr nach Wartens reinfahren dürfen, wissen wir natürlich, dass es noch unwahrscheinlicher ist, dass dieses Stadion jemals adaptiert wird, die Bundesliga. Nein, aber wenn sie, die WSG bräuchte ihre Heimat, dann hätten sie entsprechend auch sicher mehr ZuschauerInnen und dann wäre es sicher ein Verein, der auch für dich lieber treuer Hörer, nehme ich an treu, oder vielleicht jetzt auch nicht mehr, weil wir so lange über die WSG geredet haben, dann hätte er auch seine Berechtigung und würde vielleicht auch dich freuen, dass sie da sind. Okay. Und man darf ja nicht vergessen, ich habe es ja letztes Mal besprochen, Tirol, es gibt ja nicht so viel. Aber siehst du, wenn man schon klar hat, dann ziehe ich jetzt einfach was vor, okay? Das mache ich jetzt ganz schnell, weil jetzt sind wir gerade in Tirol. Bin ich hier gewohnt bei dir. Also, der liebe Günther hat uns geschrieben, ein treuer Hörer. Servus, Günther. Dass es wohl so war, dass der, also er denkt, dass der Tiroler mit den meisten Einsätzen im Meisterpokal, also quasi Champions-League-Vorläufer, war wohl Ali Hörtnagel aus Matt Ryan Brenner. Acht Spiele für den FC Tirol 1990 bis 1991. Und erfolgreichste Torstädter Christoph Essenthal. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht durcheinander gebracht und er hat das wirklich so gemeint. Und dann wollte ich noch ein anderes Erratum. Fabian Koch spielt in Natas richtig, allerdings nicht in der vierten, sondern in der fünfthöchsten Spielklasse. Lieber Herr Tukovic, Dankeschön. Und bitte immer gern klugscheißen. Also ich finde es wirklich, ich finde es ist immer voll nett. Leute schreiben uns immer, ich will nicht klugscheißen. Na bitte, macht es. Es ist total wichtig. Wir haben ja den Anspruch, hier auch tatsächlich etwas Gehaltvolles wiederzugeben. Und nicht irgendjemand, ich erzähle schon für Blödsinn, absichtlich. Und manchmal will ich aber etwas Gehaltvolles erzählen. Und ich mag nicht, dass das dann nicht stimmt. Und was auch wichtig ist, Fabian Koch war nicht Austro-Akademie-Leiter und Spielerberater, sondern das war natürlich Florian Marder. Da habe ich mich in der Zeile verlesen bei meiner Recherche. Auch da danke für die Mitteilung. Und das Letzte, was ich noch habe, ist, dass das Franz-Fekete-Stadion nicht mehr offiziell Franz-Fekete-Stadion heißt. Nazi, glaube ich. Aber jedenfalls heißt es, der Franz-Fekete war ehemaliger Bürgermeister in Kapfenberg. Und tatsächlich war er zwischen 34 und 38 Mitglied der damals in Österreich-Elegal-Hitler-Jugend. Und nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an Deutschland trat er im 1. April 1939 der SS bei SS Nr. 1358982. Und wurde Mitglied der ersten Kompanie der dritten SS-Totenkopf-Standarte Thüringen am Standort Weimar-Buchenwald. Ja, jedenfalls Nazi, genau. Dieser Podcast ist nicht politisch. Liebe Grüße an Hans Bürger und der ist aber, der ist eher ein Ringträger der Stadt Kapfenberg seit 1980. Und wie auch immer, 2001 wurde er das Stadion umgenommen. Ist ja so lustig, dass wir in Österreich immer Jahrzehnte später nach Nazis noch Sachen benennen. Wir sind echt sehr progressiv. Jedenfalls, man sagt nicht mehr Franz-Fekete-Stadion und es ist jetzt nur mal Stadion Kapfenberg, oder? Das halte ich für schwierig. Ja. Wie heißen Sie jetzt offiziell? Auf Wikipedia steht es tatsächlich auch noch als Franz-Fekete-Stadion. Wer vielleicht sich bemüßigt fühlt, das zu verändern. Früher war es das Alpenstadion und seit 2020, das steht seit 2022 auch als Stadion Kapfenberg bekannt. Also, wir sagen einfach Stadion Kapfenberg oder ehemalige Heimstätte des GAK. Wir erinnern uns, Alexander Manninger, Sternstunde. Gegen Inter Mailand. Gegen Inter Mailand. Erwin Dampfhofer hat leider verschossen, sonst wäre der GAK aufgestiegen. Oder Hexenkessel Falkenhorst, wie man es doch so gerne nennt. Erwin Dampfhofer, muss ich mir merken. Ein toller Name. Vielleicht kommt er für so Rakel halt dran. Ah, nicht ernsthaft diesmal. Okay, aber jetzt bitte müssen wir dann warten. Und er ist sonst noch irgendwas, ich glaube, das war das Errat. Das ist eigentlich relativ viel. Du, wir haben viel zu besprechen. Wir können dann ruhig reinstatten, auch wenn es mal passt. Aber es ist schon lustig, dass die Tiroler Liga die fünftwöchste Liga ist. Ja, die haben sie als einzig ein bisschen ausgenommen. Das stimmt. So, bist du jetzt bereit? Ja. Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball. Herzlich Willkommen zur 169. Runde von DBLDW. Kurz vor der Länderspielpause haben wir in Österreich einen neuen Tabellenführer. Lustiger bleibt mit den wenigsten Toren, aber meisten Gegendoren weiterhin ohne Sieg. In der aktuellen Saison. Wo ist es nun spannend? Dein Abstiegskampf oder Meisterduell? Peter, servus. Ja, hallo lieber Fabio. Ich finde beides nicht besonders spannend, weil wir erst zehn Runden gespielt haben und die Meistergruppe und Qualifikationsgruppe noch ansteht. Man kann alle Punkte noch halbieren, wie es der Kollege Schneider von Lustenau gerne macht, nachvollziehbarerweise. Und ich würde es jetzt nicht überbewerten. Allerdings möchte ich gleich einwerfen, was wir heute zu besprechen haben. Wir reden über WRC gegen Sturm, wir reden über Klagenfurt gegen Salzburg. Ich habe zwei Quizzes, die ich nicht sage von dem. Dann reden wir kurz über Lust und Arabid, weil du aus irgendeinem Grund wolltest unbedingt darüber reden. Ich habe es vergessen. Und du wirst es uns sicher sagen. Dann gibt es ein Orakel ohne Ernst Dospel oder vielleicht auch mit. Und zwei Liga-Zwarfragen und das Erratum können wir uns sparen. Nein, wir können noch eine Erratum machen. Ich habe ja auch was zu erwähnen. Ah, okay. Habe ich im Vorfeld jetzt in ersten Muten schon wieder einen Fehler gemacht. Genau. Nein, was macht Ewald Brenner? Und wir haben einen Hörer, der uns das geschickt hat. Ewald Brenner hat vor gut eineinhalb Jahren in Linz noch bei Techno-Football trainiert und Jugendtalente im Training begleitet und dort Trainings geleitet. Und dazu auch ein Link in den Shownotes, wo man sieht, wie er gerade aktiv coacht. Das war vor gut eineinhalb Jahren. Was er jetzt aktuell macht, nicht ganz bekannt. Springt dort hin und wieder noch als Trainer, glaube ich, ein. Aber ist nicht mehr im Fußball, soweit wir informiert sind. Danke, Hörer. Wir könnten, das geht aber noch mehr. Also wenn wer anders vielleicht mehr weiß, ob er jetzt vielleicht tatsächlich gerade Speditionsmitarbeiter ist. Das war die Ewald Brenner Minute, die wir die nächsten 20 Folgen durchziehen. Ja, Punkt 1, WAC gegen Sturm. Es war ein besonderer Moment. Erstens, weil ich einen Autounfall gehabt habe, dass ich hinfahre. Nein, das war nicht schlimm. Ich war nur ein kleiner Blechschaden, weil ich zu schnell einen Parkplatz finden wollte. Und zweitens, weil wir uns tatsächlich in einem Stadion wieder getroffen haben. Ich war natürlich wie immer zu spät. Also ich bin ein bisschen später gekommen. Aber wir haben uns tatsächlich in einem Stadion getroffen. Wollten dann ein langes Video davon machen für Instagram. Und Fabio Schaub meinte... Nein. Nein. Weil wir machen nur dann Videos, wenn wir über Spielen sind, wo weder Sturm noch GAK spielen. Das ist tatsächlich authentisch, du hast völlig recht. Du wolltest sicher nicht, dass ich das erwähne. Ich bin ja nachher noch Klagenfurt-Salzburg gefahren. Die kinderlosen Menschen von uns. Wo war der Peter? Ja, in Kinderbetreuung verhaftet natürlich wieder. Hauptberuflich Vater. Ja, stimmt. Finde ich sehr ehrenhaft. So bin ich. Aber auch sehr ehrenhaft von dir, dass du zu dem anderen Spiel gefahren bist. So bin ich. Aber gehen wir Step by Step, gehen wir es durch. Also wir haben dieses 14.30 Uhr Spiel gehabt. Guter Besuch, über 6.000 Leute. Wirklich tolle Stimmung beim Pack-Derby, beim Puntigammer-Derby, wie du es nennst, oder? Ja, das Puntigammer-Derby. Die zwei Vereine, die Puntigammer-Bier ausschenken, haben da tatsächlich aufeinander getroffen. Und ja, es war der WRC gegen Sturm. Der WRC hat ja durchschnittlich Zuschauer von 3.200 Besuchern. Jetzt mehr als doppelt so viele, oder doppelt so viele ziemlich genau in dieser Begegnung. Da merkt man schon, dass es zieht. Und auch diese Nähe ist da natürlich sinnvoll. Und ja, war ein gut besuchtes Spiel. Viele Leute. Auch unter den Zuschauern Manfred Schmidt. Ja, Manfred Schmidt. Hat mich da noch kurz unabsichtlich einen Rempler noch verursacht gegenseitig, am Ende des Spiels. Wirklich? Das habe ich nicht gewusst. Michael Lindler hat mit Mike Nowak die Partie von der Tribüne beobachtet. Und war so, dass ich auch noch zahlreiche Zuschauer, die man vielleicht unter Prominent betiteln dürfte, anwesend. Aber die sind uns aufgefallen auf jeden Fall. Ich habe nicht geraucht in Wolfsburg und habe jetzt trotzdem einen Frosch im Hals. Ja, war gute Stimmung. Sehr launig. Sehr positiv. Und in der ersten Halbzeit ein WRC, der sehr gut war. Gut, kommt man zum Spiel. Das gefällt mir. Genau so ist es. Der WRC erste Halbzeit die bessere Mannschaft. Der WRC hat eigentlich so gespielt, als so hätte man sich Sturm erwartet. Dominant, kontrollierend. Immer wieder mit gefährlichen Aktionen, auch vor dem gegnerischen Tor. Und auch mit zahlreichen Abschlüssen, die doch gefährlich waren. Und der WRC war ja durchaus erste Halbzeit die bessere Mannschaft und hat wenig zugelassen, auch defensiv. Und ich habe zu dir gesagt, ich glaube Sturm kann nicht nur noch einen Standard ein Tor erzielen. Und so ist er dann auch in der zweiten Halbzeit gekommen. Der WRC hat 2-1-0 geführt, verdient. Und es war dann ein Freistoß von Zakaria, wunderschön, der mit seinem linken Fuß abermals bewiesen hat, wie viel Feingefühl er da drin hat. Und er macht den Ausgleich und damit ist die Partie dann gekippt. Und relativ schnell danach ein schöner Angriff über die linke Seite, den dann Kitesvili auch in beeindruckender Manier abgeschlossen hat. Und dann steht es 2-1 und dann gewinnt Sturm auch diese Partie. Und das ist vielleicht genau der Unterschied von einer Spitzenmannschaft, wie Sturm aktuell ist, zu einer Mannschaft, die auf einem guten Weg ist, wie man es dem WRC aktuell zuschreiben kann. Weil Sturm dann einfach solche Partien, wo sie vielleicht nicht brillieren, wo sie vielleicht nicht den Gegner 90 Minuten unter Kontrolle haben, aber es trotzdem schaffen, drei Punkte mitzunehmen. Ja, auf jeden Fall. Erste Halbzeit, also kurz vielleicht drüber gestülpt noch über den Spielfilm dieser Partie. Ja, viele Handentscheidungen, das hat man im Stadion dann gar nicht so genau mitverfolgt, aber man kriegt natürlich die Checks mit und das vielleicht was war. Aber es war das 1-0, er weiß offiziell, dass das Eigentor, glaube ich, gewertet wurde, war die Vorarbeit von Bamba tatsächlich so, dass er auf den Ball gefallen ist, was Altmann so gewertet hat. Dass es unabsichtlich war und dass dann noch Situationen waren danach, also er ist dann nochmal vorbeigegangen, Pass hinein, auf Boccaccio nennt man ihn, oder wie sprich du den aus? Ich weiß es nicht. Ich verholper mich jedes Mal. Und deswegen neue Situationen zu bewerten und kein absichtliches Handspiel. Dann hatten wir das nicht absichtliche Handspiel von Böwing in der Entstehung des 2-1 durch Kiteschvili. Da auch, weil irgendwie nicht absichtlich. Und dann gab es noch ein Handspiel von Stankovic im Strafraum. Das ist auch nicht als absichtlich bewertet worden. Ich dachte immer, wenn Tore passieren, dass eine Berührung mit der Hand vom Ball, egal ob absichtlich oder unabsichtlich, nicht zu einem Tor resultieren darf. Ja, offensichtlich darf es nicht direkt davor. Aber vielleicht sollten wir wieder mal Jakob Semmler einladen. Liebe Grüße gehen raus. Herzlichen Glückwunsch. Ich wollte es kurz noch erwähnen. Bundesligadebüt. Vor einem Jahr noch bei uns im Studio und jetzt Bundesligadebüt. Ziemlich genau vor allem. Glückwunsch auch von unserer Seite. Und in den Shownotes auch diesmal, bitte notiert das Peter, wir vergessen es sonst, die Episode, wer es nicht gehört hat, vor gut einem Jahr mit Jakob Semmler. Super interessante Einblicke ins Schiedsrichterwesen gegeben, was so die Challenges sind, aber auch wie der Alltag oder wie die Woche von einem Schiedsrichter ausschaut. Und war wirklich richtig interessant. Das größte Schiedsrichtertalent Österreichs und eines der größten Europas, habe ich auf Lola1 gelesen. Das kann man wohl nur so unterschreiben. Auf jeden Fall ist diese Partie, ja generell das Handspiel und das Regelwerk, es ist einfach sehr schwer mittlerweile mitzukommen. Was sind die aktuellen Regeln in diesem Fall? Weil für mich war klar, wenn ein Tor passiert, wo ein Handspiel vorausgeht, dann darf es nicht gepüfft werden. Scheinbar ist das nicht so. Ja, haben wir die Regeln wieder nicht gut gelernt für zwei. Richtig, aber es ist zumindest in dem Spiel so gekommen, dass es dann ähnliche Situationen gab, die alle zumindest nachvollziehbar gleich bewertet wurden. Und dann ist es, glaube ich, für alle Beteiligten leichter. Es ist natürlich immer leichter für die siegreiche Mannschaft als für die verlierende Mannschaft, aber es ist, glaube ich, leichter nachzuvollziehen, dass es dann so war, wie es war. Aber bei Sturm, was interessant ist, was ich gestern, danke an Sky, mitbekommen habe, diese XG-Wert, muss man nicht zur Bewertung heranziehen, aber das ist ja ganz interessant bei Sturm. Nur kurz zur Erklärung, XG ist der Expected Goals-Wert, also die erwarteten Tore, wo es ja die eigene Berechnung gibt, die einfach mehr Aussagekraft hat zu der Wahrscheinlichkeit der erzielten Tore. Und der liegt bei Sturm bei 10,9, damit liegt man im Ligaschnitt auf Position 8 nur. Und man macht aber aus 10,9 XG tatsächlich Tore von 18. Und man kann nur das unterschreiben, was Peter Stöger dazu gesagt hat, das ist Qualität. Das ist dann immer die Frage der Interpretation. Man kann auch sagen, langfristig muss sich dieser Wert erhöhen, weil man vermutlich langfristig eher sich dem Wert nähern wird, als drüber performen. Und natürlich ist es Qualität, weil jeder Schuss hat quasi eine Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu werden. Einfaches Beispiel, wenn du von der Ecke aus schießt, dann ist es 1%. Ein Elfmeter sind zum Beispiel 75% der meisten Datenfirmen. Wenn ich jetzt herkomme und sage, ich schieße aus einer 8%igen Torwahrscheinlichkeit ein Tor, dann wird mir das in der Regel nicht so oft gelingen. Und jetzt frage ich dich, was glaubst du, dass die zweite Mannschaft in dieser Statistik wirklich sehr klar überperformt? Aus Verklagenfurt. Richtig, die haben 9,3 und erzielen 15 Tore. Ja, das sind die Mannschaften, die extrem effizient vor dem Tor sind. Natürlich ist das eine Qualität. Nur über die Saison gesehen nähert sich der Wert der Tore und das Expected Goals-Wert oft an, weil es ja einen Grund gibt, warum dieser Wert berechnet wird, weil der sehr aussagekräftig ist. Und das heißt nicht, dass es genauso passiert. Aber in der Regel, wenn der Expected Goals-Wert hoch ist, zeigt das Spiel großartige Chancen heraus, mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Tor werden, was mir langfristig in der Regel dazu verhelfen sollte, dass es auch mehr Tore sind. Und wer führt in der Ex-Ski-Wertung? Ja, ich vermute mal Salzburg oder Lask. Da siehst du, Rapid Wien. 24,1, 20 Tore erzielt. Sogar relativ klar vor Salzburg mit 21,3 und dem BRC mit 16,1. Der Lask hat gar nicht so viele Tore. Ja, nein, Lask ist nicht so. Aber Rapid tatsächlich, wenn Ex-Ski der Maßstab wäre, also wenn wir nicht mehr Fußball spielen würden tatsächlich, sondern es würden nur mehr die Ex-Ski... Es gibt ja auch dann den anderen Wert, der quasi das Gegengesetzte macht, natürlich der erwartete Gegentore-Wert. Das ist natürlich dann auch relevant, weil wenn ich wenig Tore kriege, muss ich auch weniger schießen, um Spiele zu gewinnen. Also es ist eine relativ einfache Milch-Buben-Rechnung. Milch-Buben-Rechnung oder Milch-Mädchen. Milch-Menschen, wie man heutzutage sagt. Oder einfach Milch-Rechnung. Milch-Rechnung, richtig. Die Milch-Rechnung. Oder wie man auch sagt, Hafer-Drink-Rechnung. Die Hafer-Drink-Rechnung. Sehr schön. Die wird aber teuer, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Gut. Ja, aber wir haben einen neuen Tabellenführer. Ich habe mir gedacht, heute in der Früh, dass er geht total glücklich auf. Haben wir einen neuen Tabellenführer, der vielleicht die schwächste Stürmerbesetzung seit Jahren hat? Also bei Sturm ist es ja doch so, mit Heul und mit dem Eger, mit den Spielern. Da waren die letzten zwei, drei Jahre, auch damals Jantzscher war in einem Flow und in einer tollen, vielleicht sogar die schlechteste, vorderste Offensivreihe in der Ilse-Ära bei Sturm. Meine Güte, die armen Kerls, die da herumlaufen müssen. Aber ja, Simon Wodarcic gestern mit einer Top-Chance auf das 1-zu-1, die er nicht genutzt hat. Und auch wenn er sehr gelobt wurde unter der Woche beim Sieg gegen Rakow von Christian Ilse, meiner Meinung nach auch wirklich nach seinem sehr guten Start gegen vermeintlich kleinere Gegner oder schwächere Gegner mit vielen Toren, nicht so der Goalgetter vielleicht, wie man sich so hofft hätte, der neue Robert Lewandowski. Brian De Scherer für über eine Million gekommen, völlig abgedaucht eigentlich. Also da schaut es ganz nach Selbstbewusstseins-Themen aus. C.D. Chatter verletzt, der kommt jetzt zurück. Genau, der spielt jetzt immer wieder, aber der hat jetzt auch noch nicht die Möglichkeit gehabt, so viel zu zeigen, dass man das Gefühl hat, dass das jetzt der neue 20-Millionen-Stürmer ist. Und das ist natürlich ein bisschen der Anspruch bei Sturm. Das war es eben, man hat jetzt immer diese 20-Millionen-Stürmer gehabt. Und Sakaria mit seiner Schusstechnik hat jetzt natürlich oft den Unterschied ausgemacht, war gestern auch sehr wichtig. Im Endeffekt sind es drei Zehner, die die Spieler entscheiden. Böwing, Kiteshvili, Sakaria. Also ich sage, am besten wären die alle auf der Zehner-Position. Natürlich spielt Sakaria das sehr gut als Stürmer und war auch schon im Flügel, ich weiß, aber ich glaube, auf der Zehner wäre er der ideale Spieler. Genauso wie Böwing. Die Position gibt es eben nur einmal. Teilweise, wenn sie die Raute drehen, dann haben sie einen zweiten Zehner, dann spielt das Böwing auch oft. Böwing, der Mann für die europäischen Nächte, da macht er die Tore. Und in der Liga ist es oft, Sakaria oder im Cup-Finale, wie auch immer, und Kiteshvili in beiden bewerben. Aber das sind so diese drei Spieler, die dann oft die Kohlen aus dem Feuer holen. Und auch in der Partie wieder. Das war ein Standard, der, wie zu erwarten, der Dosenöffner war, eins zu eins. Und dann war es auch die tolle Schusstechnik von Kiteshvili, die dann das zweite Tor macht. Aber der Sturm ist schlechter bis dahin, als die letzten zwei Jahre, sage ich jetzt einmal drei Jahre vielleicht. Ich rede jetzt nur wirklich von dieser Stürmer. Und die Bohr auch noch. Andererseits sind sie jetzt ungeschlagen weiterhin als einzige Mannschaft, sind der Bällenführer erst einmal seit Jahren unter dem Jahr. Also es ist für Salzburg ja auch eine ungewohnte Situation. Und das ist schon, was ist dann, wenn Schatter vielleicht richtig aufgeht? Auf alle Fälle. Aber auch, weil die Defensive halt extrem gut und stabil ist. LaVallée haben wir gestern, wir beide glaube ich, erstmals im Stadion gesehen. Also ich zumindest. Ich habe ihn zum zweiten Mal gesehen. Ich finde ihn sensationell gut. Guter Spieler, ja. Wird auf kurzen oder langen Affengruber rausspielen. Das glaube ich schon, weil er einfach viel mehr mitbringt. Plus er ist auch noch ein Linksfuß, was natürlich dann für den Spielaufbau vom Vorteil ist. Sturm in der Saison wieder. Zehn Spiele, sechs Gegentore. Letztes Jahr zu dem Zeitpunkt fünf Gegentore. Das ist schon ein Steckenpferd. Und diese defensive Stabilität ermöglicht ihnen einfach, dass sie mit einem oder zwei Toren diese Spiele gewinnen. Und das ist eigentlich der Schlüsselfaktor. Ja, und das Wüttrich-Stankovic, dass diese Achse da eigentlich seit Jahren beständig ist, das ist schon sehr wertvoll. Aber effizient, stabil, klare Idee Wismar und lange zusammengespielt, Wismar auch. Und trotzdem nicht so schön anzuschauen, haben wir ja auch in der Vorschau. Das ist immer die Frage, was halt attraktiv ist. Attraktiver Fußball, wenn du einen Fan fragst, wird der sein, der gewinnt. Schön Fußball spielen. In Schönheit sterben bringt auch nichts. Also ich glaube, Sturm hat eine klare Idee, hat sich darauf gefestigt. Und wenn sie eine Partie 4 zu 0 gewinnen und der Fußballer exakt selbe ist, dann werden alle applaudiert und sagen, bah, das ist gut und super. Und wenn du solche Pläne knapp gewinnst, dann ist es vielleicht nicht so attraktiv. Aber es ist eine klare Idee und attraktiv, der eine findet ein Kurzbauspiel attraktiver, der andere liebt den Kick-and-Rush-Football. Sturm ist sicher nicht die Mannschaft, die wie Hartberg von hinten raus kombiniert. Aber Sturm ist nach 10 Spielen langen Tabellenführer und das ist, glaube ich, für die Sturm-Fans sehr attraktiv. Ja, großartig. Aber vielleicht leiten wir genau davon weiter, wie viel bedeutet tatsächlich eine Tabellenführung nach 10 Runden? Was bedeutet das mental? Vielleicht einerseits für Sturm, aber glaube ich, was mich noch mehr interessieren würde, deine Einschätzung, für Salzburg. Und damit können wir rüber springen auf die zweite Partie, die du gestern live im Stadion mitverfolgt hast. Da waren sie ja noch Tabellenführer eigentlich geplantermaßen, wie sie 2 zu 0 sehr früh sehr klein in den Führung hatten und da denkt man sich, das Spiel ist gränt. Und dann wird Salzburg nahezu so etwas wie nervös. Pavlovich mit der ersten Wohlkarte seiner Karriere. Klagenfurt hat sowohl gegen Sturm als auch gegen Salzburg gepunktet. Also diese Mannschaft ist nicht schlecht. Und jeweils eine rote Karte gezogen. So ist es. Dazu kommen wir dann auch später noch. Für mich grundsätzlich Sturm wirkt nicht mehr, eigentlich gar nicht mehr so, wie soll man das ausdrücken, dass das stimmt. Für mich war Sturm letztes Jahr fast noch einen Ticken stärker gefühlt, wenn man die Partien angeschaut hat. Sie haben mehr Dominanz am Platz gehabt, mehr Dominanz ausgestrahlt und die Spieler mit mehr Sicherheit gewonnen. Also ich war mir in der gestrigen Partie, gerade in der ersten Halbzeit, und habe mir gedacht, es wird schwer für Sturm. Der WRC macht das wirklich gut, auch mit Bamba und Boacce fahren. Das sind so Stürmer, also so ein Bamba würde Sturm gut tun, habe ich mir gedacht. Und der macht das ja auch sensationell. Und dann schaue ich mir Salzburg an, und wie du richtig sagst, da habe ich so dieses Selbstverständnis, was da ist. Dieser Fußball ist eigentlich wesentlich attraktiver als unter Jeißle, also grundsätzlich. nur ist dann so ein Einbruch auf einmal passiert und hat er auch einen Grund dann gehabt. Und das ist dann der große Unterschied, Sturm schafft es trotzdem die Resultate zu holen, bleibt ohne Niederlage. Und Salzburg hat jetzt wieder Punkte liegen gelassen, nach einer 2-0-Führung. Das ist untypisch. Und der Kernfaktor in der Partie, der war ganz klar, dass bei Klagenfurt ein Spieler spielt, der wahrscheinlich für eine europäische Top-Mannschaft klingt immer sehr weit hergeholt, aber wirklich für eine sehr gute europäische Mannschaft spielen kann. Mit Sinan Kavainer. Der unfassbar gut ist. Und der ist, ich habe ihn zum ersten Mal im Stadion heuer gesehen, letztes Jahr war er auch schon, aber der hat einen unfassbaren Schritt gemacht. Irving haben wir schon gelobt. Wichtiger Spieler, sehr guter Spieler. Hinten super Stabilität in der Dreierkette mit Wimmer, mit Getsos, mit Mara, die vor allem die Hohenbälle für sich entscheiden können. Aber vorne Sinan Kavainer, das ist genau dieser Unterschiedsspieler, den du brauchst. Das ist genau der Spieler, wo wir gesagt haben, wir stummeln im Megaheulund, was bei Salzburg ein Jazzcode in der Rückrunde war, wo wir gesagt haben, das wird vielleicht der Konrad, das ist der Sinan Kavainer. Der kommt hin, der macht auch ein unfassbar schönes Tor, was dann halt aberkannt wurde, wegen Abseits. Der zieht die rote Karte, was einfach mit einer unglaublich guten Körpertäuschung, aber dann auch mit einem super Speed macht, wo Pavlovich dann einfach zu spät ist und Pavlovich ist jetzt nicht irgendein Verteidiger. Der ist schon sehr, sehr gut und die sind umsonst aktuell, glaube ich, Zweiter in der Schützenliste mit, schauen wir uns an, und ein Dritter ist er mit fünf Treffern bei den Klagenfurtern, die jetzt doch nicht so das Offensivfeuerwerk haben, aber es hat ein Drittel der Tore gemacht und es ist eine extrem stabile, gute Mannschaft und mit der roten Karte. Darf ich nur kurz einhaken bei Sinan Kavainer? Bitte. Ich hätte ein... Achso, ein Quiz, ja warte mal, das kann man überraschen. Wir haben uns nicht abgesprochen. Hashtag DBL Libby. Quiz. Was macht Sinan Kavainer vor jedem Fußballspiel? A. Er isst Gummibärchen. B. Er geht zum Friseur. C. Er betet ein Vaterunser. B. Richtig. Der geht tatsächlich vor jedem Spiel zum Friseur, habe ich an zwei Quellen tatsächlich gelesen. Einmal hat es Andy Irving gemeint in einem Interview mit der Kleine Zeitung und einmal stand es in einem Bericht. In der Kleine Zeitung, tatsächlich, der mag anscheinend gerne zum Friseur gehen und er kommt übrigens aus Gummersbach. Kennen wir alle? M-m. Nicht? Okay. Die haben einen extrem guten Handballklub und er kennt Andy Irving, den noch immer nicht offiziell bei West Ham befindlichen. Es ist noch immer nicht offiziell, aber ich verstehe, von denen das bekannt geben wollen. Jedenfalls, die kennen sich ja seit Türk-Gücü-München-Zeiten. Sinan Kavainer ist ein Deutscher mit türkischen Wurzeln und Irving und Kavainer sind durchaus Homies und hatten eine gemeinsame 50 Quadratmeter Wohnung in Klagenfurt, habe ich auch gefunden. Und da hat Kavainer im Bett geschlafen, weil er der Ältere ist und Irving musste auf der Couch vorlieb nehmen. Und Andy Irving hört übrigens gern Coldplay und Kavainer Deutschrap und es gibt sonst noch unwichtige Dinge, nein. Aber jedenfalls, Kavainer schätzt sehr Cristiano Ronaldo als beinaheinen Arbeiter und würde gerne mal unter Star-Coach Pep Guardiola trainieren und er steht auf Tattoos und er hat in der U19 damals keinen Profi-Vertrag erhalten, weil es hieß nämlich, er sei zu schmächtig und er meinte das selbst im Interview, mir ist nichts in den Schoß gefallen, vielleicht können mich Rückschläge aufgrund meiner Beharrlichkeit nicht so leicht aus der Bahn werfen, weil der war ja letzten Herbst schon sehr sehr viel im Einsatz und dann aber durchaus wenig Einsätze unter Peter Buckhold im Frühjahr, hat er sich zurückkämpfen müssen und jetzt ist er wieder voll. Da muss man ja auch sagen, dass der eine oder andere der Stürmer ja verletzt ist bei Klagenfurt-Binder, weil man ist wieder im Training, den man durchaus als Pinkersatz geholt hat und dann zusätzlich auch noch Soto, der mir ja auch sehr positiv aufgefallen ist, wo er ja sehr viel Potenzial sehe, der ist ja auch noch weiterhin verletzt, ausgebildet beim 1. FC Köln. Okay, wusste ich nicht. Genau. Jetzt startet Ahrweiler, keine gute Partie gehabt, ist dann auch vorzeitig ausgewechselt worden und dann war es ja jetzt, also kurzer Spielfilm, Salzburg geht ganz früh 1 zu 0 in Führung, dann 2 zu 0. Rote Karte wollte es ansprechen. Die rote Karte, die habe ich eh glaube ich angesprochen, wo Pavlovich mit Rot dann vom Platz geht, da kann man sagen, muss er das faul machen, ich glaube, der wollte nicht das faul machen, der war sich relativ sicher, dass er den Ball erwischt, hat aber den Spieler erwischt, so ist er es, kann man sich auch anschauen, war wirklich gut gemacht von Kavainer und dann auch die verdiente rote Karte, da macht Klagenfurt, und jetzt wird es lustig, das dritte Tor in der ersten Halbzeit, aber das erste, was gezählt hat und auch da gab es wieder einen Check, aber diesmal wurde es, war es ein regulärer Treffer, Wimmer und Gewimmer mit dem Köpfchen, die anderen zwei waren wirklich knapp, muss man sagen, also das war, stimmt ja, aber sie waren abseits. Aber weil es mich so begeistert hat, dass ich so im Fernsehen gesehen, mich hat es so begeistert, dass Klagenfurt dieses Selbstverständnis, dieses Selbstbewusstsein gehabt hat, einfach nach diesen zwei unglaublichen Böcken, die sie geschossen haben hinten und dem 0-2 zu Hause gegen Salzburg, dass sie trotzdem stetig, also noch oft ist es, dass der Mannschaft so ein bisschen, was die ist, aber die sind einfach weiter nach vorne marschiert und haben mit einer tollen Selbstverständnis Chancen herausgearbeitet und Salzburg unter Druck gesetzt. Und da war sie nicht ganz wie, das habe ich trotzdem nicht ganz verstanden, der Fehler bei der roten Karte war ja von Gournard Doir. Genau. Ja, also Salzburg war ja spielbestimmend. Salzburg hat das Spiel kontrolliert, so war es jetzt nicht. Und die Klagenfurt haben immer wieder diese Umschaltmomente gehabt und diese können sie auch nur so ausspielen, weil Kavainer a. das Tempo hat und b. auch die fußballerischen Fertigkeiten. Und natürlich Luka Gournard, der kann den Ball für den Diagonal wegspielen. Kein Problem, wenn er sagt, er kriegt nicht genug Druck zum Ball, kann er sogar ins Zentrum reinspielen, weil er ein Salzburger war. Er spielt ihn aber zurück und quasi eine perfekte Steilauflage für Kavainer, der dann in Kavainer mit Pavlovich geht. Und Pavlovich muss dann eigentlich den Fehler von Luka Gournard ausputzen. Gournard hat gedacht, er bekommt auch das Foul wahrscheinlich. Ja, wie auch immer, einfach ein grober Fehler, wo ich eigentlich sehr viel von ihm halte. Aber es gehört natürlich mit ihm, dass die Partie dann so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Das grobe Thema bei Salzburg ist aber, jetzt fehlt Solé verletzungsbedingt, Baidu macht das super. Jetzt kommt Pavlovich raus und der vierte Innenverteidiger bei Salzburg ist Biertkowski. Und das bei Salzburg, wir loben sie über Transfair-Politik und die ist sensationell. Aber wenn es seit Jahren wieder mal einen Fehleinkauf gegeben hat oder gibt, dann ist es Biertkowski, ich glaube, für drei Millionen aus Polen gekommen damals. Und was für Fehler der macht, mit und ohne Ball, das ist schon nicht Salzburg würdig und extrem überraschend, weil man am Anfang gedacht hat, ja, das ist der nächste Büffel, der kommt. Übrigens, ich habe einen Salzburg-Pressemitarbeiter gefragt, wie spricht man den jetzt aus? Und er sagt, na, genauso wie es gesagt hast, Biertkowski. Also nicht Biertkowski oder Biertczowski oder... Ja, so wurde es mir von Salzburg-Seiten gesagt. Und der natürlich mit dem zweiten Tor wieder, finde ich, muss er sich sehr an die eigene Nase fassen bei dem Tor. Ja, und dann Klagenfurt eben kurz vor der Halbzeit 2 zu 1 und bekommen dann das 2 zu 2 relativ spät. Damals ein Schlagabtausch, wo auf beiden Seiten hätte noch was passieren können. Es war ja dann mit einem Mann weniger ein super Fußballspiel zum Anschauen. Es war nämlich der Ballbesitz ausgeglichen, Klagenfurt relativ viel Kontrolle sogar in der gegnerischen Hälfte gehabt, natürlich für die Salzburger weite Wege und man hat quasi die Raute beibewert nur ohne Zehner. Also man hat da so ein 4-3-2 gespielt und ja, war dann nicht mehr drin für Salzburg und das Unentschieden geht dann über die 90 Minuten gesehen in Ordnung. Ja, auf jeden Fall. Es ist ja trotzdem interessant, ich weiß nicht, es hat schon so Phasen gegeben, wo man das Gefühl hat, wenn Salzburger weniger haben, dass sie so also Auswärtsspieler in Klagenfurt, dass sie das dann über Zeit bringen. Also es ist trotzdem überraschend, vielleicht ist es auch natürlich diese besonders junge Mannschaft, jetzt war gestern natürlich Struber auch nicht dabei, krankheitsbedingt. Stimmt schon, wir reden aber auch immer davon, Salzburg ist so gut und die haben eine Premier League Innenverteidigung, stimmt eh, aber gestern war Baidu und Piotrkowski, Baidu, der letztes Jahr noch bei Lieferern gespielt hat und Piotrkowski, der verliehen war, weil er die Qualität nicht mitbringt. Aber Neoteam-Spieler Baidu, möchte ich nur sagen. Baidu macht es ja auch sensationell gut, nur das war die Innenverteidigung gestern und unter so Leon Pavlovich, wenn es hätte, wäre ja normal, dass Spieler ausfallen und das, was passiert, aber unter denen wäre dieses zweite Tor nie passiert. Ja, das war wirklich so einfach, das ist dann der Unterschied. Und wieder Kavaila, der involviert war, also Jarets macht dann als Joker das Tor und auch der Wechsel war gut, weil Aweiler war nicht gut, muss man ganz klar so sagen, der schon gute Anzeichen hatte in der vergangenen Saison vor seiner Verletzung, aber der noch nicht so in die Spur findet und ja und Kavaila und auch Irving, wir haben es oft angesprochen, das sind einfach sehr, sehr wichtige Spieler für Klagenfurt plus diese Dreieckette hinten. Was macht es mit Salzburg dennoch, dass sie, es ist total ungewohnt, dass sie nach zehn Runden eine Tabellenführer sind. Jetzt haben sie, sie haben dieses Blau-Weiß-Linz-Spiel gehabt, total ungewöhnlich, dass Rotation so schlecht funktioniert, dass man ausgerechnet gegen so eine Mannschaft die Blau-Weiß-Linz zu Hause verliert. Dann hat man dieses Spiel gegen Real Societat, wo man, ja, muss man leider auch sagen, eher chancenlos war, jetzt spielt man gegen Klagenfurt nur 2-2. Was ist los in der Mondstadtstadt? Zum letztjährigen Vergleich exakt gleich viele Punkte gehabt. Man hatte zwei Siege, zwei unentschieden in der Niederlage. Das Dorfverhältnis war in etwa ähnlich. Jetzt ist es halt Sturm, die noch keine Partie verloren haben, einfach vielleicht noch einen dicken konstanter als im vergangenen Jahr. Und dann passiert es so, dass man einen Punkt dahinter ist. Ich glaube, weder das der grobe, erstens, das wird keine Unruhe ausbrechen, das glaube ich nicht. Zweitens ist Klagenfurt auch eine gute Mannschaft, die hat auch gegen Sturm Municin gespielt und es wird sowieso richtig knapp. Es ist sehr interessant, Klagenfurt ist auf dem besten Weg, zum dritten Mal in Folge diese Meistergruppe zu schaffen, das ist schon überragend. Jetzt haben sie ja sogar noch geschafft, den oberen Rang abzudecken, deswegen schaut das Stadion jetzt noch charmanter aus bei Heimspielen. Stimmt. Es ist wirklich, wirklich toll, was sich dort tut. Klagenfurt hat auch erst eine Partie heuer verloren, das darf man nicht vergessen, die haben sechsmal Unruhen gespielt, aber die haben erst eine einzige Partie verloren und das ist schon, das spricht schon für Buckled Ball. Ja, Buckled Ball ist schön und finanziell ist man mit Sicherheit jetzt abgesichert durch diesen Irving-Transfer, der noch immer nicht bekannt gegeben wurde. Das belastet dich ein bisschen. Es ist einfach so lustig, weil ich mich frage, warum? Wo ist mein Problem damit? Was planen sie die Übernahme von Austria und Klagenfurt und wollen es dann einfach insgesamt bekannt geben? Haha, man weiß, dass die Deutschen eigentlich nicht mehr wollten? Haha, ist ja auch egal, Europäer sind es. Ja, das ist schon interessant. Ja. Da sollte man mal, also wäre ich Journalist, würde ich danach recherchieren. Stimmt. Schade. eine Option. Weil es war ja auch so, die waren ja kurz vor der Übernahme. Das ist ja nicht so lange her. Der Kurzer vor der Übernahme, richtig. Kurz war auch vor der Übernahme. Na super, heute läuft es später, gell? Ja. Wie viele Kurzfilme gibt es eigentlich? Dieser Podcast ist nicht politisch. So. Wie viele Kurzfilme gibt es nicht? Drei, oder? Da bist du Profi, glaube ich. Stimmt, es gibt ganz viele Kurzfilme auf dieser Welt. Hahaha. Verstehst? Ja. Ja, komm, okay, gehen kann man. Bist du der Erste, der ihn gemacht hat? Ach so, wirklich? Ich war der Erste. Ich habe gedacht, wenn man das in einem Fußball-Podcast machen darf, der macht, dann ist es vielleicht noch nicht so oft. So, wir kommen nachher noch zu einem anderen Spiel, aber weil wir gerade bei Stürmern waren, die viel treffen, haben wir gedacht, ihr könnt kurz ein Quiz einbauen von einer anderen Mannschaft, die erstmals wieder gewonnen hat, wo sich viele gefreut haben. Hashtag DBL-DW Quiz. Mit sieben Toren führt Andreas on fire Gruber die Torschützenliste der Admiral Bundesliga an. Am Wochenende beim erlösenden Sieg seiner Austrianer gegen WSG schnürte einen Dreierpack. Sein bisher letzter Dreierpack ist schon eine ganze Welle her. Im Mai 2014 traf Gruber beim 4-1-Heimsieg der Sturmautörer gegen Union Gurten Sankt Florian dreimal. Er schenkte damals laut eigener Aussage seinem Cousin Daniel Meier drei Tore ein. Was macht Daniel heute? A. Er wurde selbst Einschenker in einem Restaurant. B. Spieler in der Regionalläuermitte. C. Co-Trainer in Deutschland. C. Nachfrage, wo trainiert er? Sonnhofen Großasbach. Völlig falsch, er ist tatsächlich Co-Trainer bei den Amateuren von Borussia Mönchengladbach. Wer meinte, wäre eigentlich charmanter gewesen. Ja, finde ich eigentlich. Aber das ist ganz lustig. Er führt die Tortschützenliste an, das stimmt. Sieben Tore. Dahinter ist Max Entrup, der erst sechs Spieler gespielt hat. Muss man sagen, also sensationell wie wichtig der für die Hartberger ist und dennoch funktioniert es dort. Und da kommt auch Sinan Kavainer, Karim Konaté und Mohamed Bamba. Also man sieht schon. Bei Hartberg übrigens jetzt, du hast es rausgesucht, der jüngste, ja, Maximilian Villarfer, jüngster Torschütze in der aktuellen Bundesliga Saison, Dezember 2004 geboren und er ist der jüngste Torschütze der Hartberg Bundesliga Geschichte. Die Legende des SV Spital an der Trau. So ist es. Der letzte Straßenfußballer des SV Spital an der Trau. Na, der ist ja auch kein Akademiker, ein Spieler für die besonderen Momente, kam rein, schoss sein erstes Tor. Der Patrick Wimmer der Bundesliga vielleicht. Genau. Nur offensichtlich besser in Form befindet. Hätte fast zwei Tore machen können. Also war tatsächlich super. Fabio Schaub wollte noch ein bisschen darüber reden, wie sein SCR, die Rabitler aus Hüttlern. Ich wollte noch was zu sagen. Du bist ja Rabit-Fan, wenn ich bin ja bei Rabit immer sehr skeptisch. Also ich habe da so eine alte Rivalität. Nein, das stimmt nicht. Eine stumme Rivalität drinnen, aber Fabio Schaub ist Sympathisant. Ja, natürlich. Ich bin mit fast jedem Verein Sympathisant. Aber das war ganz anders. Du hast irgendwie gejammert und dann habe ich gesagt, ich habe mich richtig gefreut, dass die Austria und Rabit gewonnen haben. Je mehr über die Austria gefreut. Ich habe mich über beide gefreut. Ich finde die Wiener Vereine sehr sympathisch. Das ist so. Rabit und Ja, ich mag die Austria, ich mag Rabit. Ich finde Rabit Fans sympathisch und ich kann schon Rabit das Verein sympathisch finden, aber eigentlich dann doch wieder nicht. Also ich bin einer von wenigen, der wahrscheinlich beide mag, aber es ist mir egal. Ich finde, ich habe mich da gefreut. Das war ein Befreiungsschlag für beide. Außerdem habe ich jetzt endlich alle sechs Tips beim Admiral Sixberg richtig gehabt. Perfekt. Warum habe ich keine Nachrichtigung gekriegt? Also du hast wieder extra getippt ohne mich. Aber der kommt ja erst später. Du wolltest ja selber tippen. Mal schauen mal, wie deine Tips aufgegangen sind. Aber Austria Klagenfurt hat vor dieser Partie aus den ersten neun Spielen 14 Punkte geholt, aktuell sind es 15. Erstmal so viele zum Vergleichszeitpunkt und die Kärnten verloren von den ersten Spielen eben nur ein einziges, das war das Heimspiel gegen den Lask. Also auch nach zehn Spielen bleibt das so und es ist ein toller Saisonstart der Klagenfurt. Ja, auf jeden Fall. Bei Rabit. Lust in der Rabit. Ja, bei Rabit. Ich wollte da was erwähnen, genau, vollkommen richtig. Ich habe mir rausgesucht, das gibt es ja nicht, das bei Rabit nicht läuft und habe danach geschaut und habe eine Korrelation entdeckt. Eine Korrelation? Ja. Stefan Sodanovic findet Algorithmen am Fußballfeld. Hast du das gehört? Das ist ja auch hervorragend. Nein, das habe ich nicht gehört. Das hat er gesagt im Interview. Er braucht Algorithmen am Fußballfeld und Automatismen. Meint deinen Rhythmus? Ja, ich weiß es nicht genau. Ich finde das cool. Wenn er Algorithmen sucht. Auf jeden Fall. Seit Burgstaller weg ist, das ist natürlich jetzt nicht ganz richtig, weil die haben jetzt gewonnen, aber gegen das Schlusslicht Lustenauer. Wo man sagt, da muss man jetzt drüber kommen. Ohne Sieg noch die Lustenauer. Aber seitdem Burgstaller nicht mehr in der Startelf ist, das letzte Mal hat er gespielt gegen Fiorentina, da haben sie ja gewonnen, gab es keinen Erfolg mehr. Und man hat mit Burgstaller 23 Tore in 8 Spielen erzielt. 5 Tore davon waren Burgstaller. Und man hat danach 10 Tore in 7 Spielen erzielt, wovon 3 Tore sogar gegen Gurten in der Nachspielzeit waren. Was mir das sagt, es fehlt, wenn man jetzt die 5 Tore dazurechnet, werden es jetzt gar nicht so viele mehr. Aber er fehlt als Typ, als Leader, als einer, der die Mannschaft mitreißt. Und wenn es einmal schwer läuft, diesen Umschwung schafften, diese Partien dann gewinnt. Und das hat man, finde ich, schon gemerkt, dass es fehlt. Jetzt gegen Lustenauer, Marco Krühl mit seinem ersten Doppelpack für Rapid und es war alles sehr souverän und frühe Führung, dann läuft das alles selbst gegen angenockte Lustenauer. Aber ich glaube, dass die Rolle von einem Burgstaller extrem wichtig ist, nicht nur als Torschütze, sondern auch als Leader, als Typ und wie er die Mannschaft führt. Und ich glaube, dass das noch zu wenig thematisiert worden ist und deswegen war das auch ein Punkt. Es ist zu wenig thematisiert von Burgstaller wichtig für Rapid? Ja, aber nicht nur als Torschütze, nicht nur als Zielspieler, weil Majula macht die Tore ja auch. Ich finde das so wichtig, als die Leaderrolle da drin. Die Mannschaft ist ja sehr jung und die Mannschaft hat sehr viele Spieler mit vielen verschiedenen Qualitäten, aber so einen Leader, so einen Mentalitätsspieler, einer, der vorangeht. Krügic? Ich finde, den haben sie in der Form noch nicht. Nein, ich meine, Krügic wäre für mich ein gewesen, der das sein kann. Also als Antreiner. Er hat auch sein erstes Tor jetzt gemacht. Aber er spielt ja noch nicht fix. Eben, der ist gekommen, keine Ahnung, ob er das dann wird oder nicht. Aber Burgstaller ist die personifizierte Führungsperson in diesem Verein, also am Feld. Und das ist einfach erklantant, wenn er fehlt. Und man sieht dann auch, wie schwierig es ist. Die Rapid finden sich auch mit einem Transparent zur Derby-Niederlage, oder zur gefühlten Derby-Niederlage, ist mein Unentschieden. So irgendwie 8 gegen 11. Wie war der Spruch? 9 gegen 11. Danke. Du hast es doch gepostet, oder? Gepostet. Ich habe es dir geschickt. Ich sage es dir gleich, es war da dort 11 gegen 9, danke für nix, Derby-Versager. Genau. Übrigens, was bei Rapid schon interessant ist, dass Rapid noch nicht genügend Punkte geholt hat, im Europa Cup ausgeschieden ist. Ja, weil eben Burgstaller nicht dabei war. Aber wie das schön anzusehen ist, und wenn es läuft bei Rapid, dann geht es richtig rund. Weil erste Runde ÖFB Cup 7-0 gegen Donaufeld. Alltag, 4-0. Derpräsent Rückspiel, 5-0. Blau-Weiß-Lins auswärts, 5-0. Alle Spiele mit Burgstaller. Am Stetten, war am Stetten Cup wahrscheinlich. Nein, echt? Das war Testspiel dazwischen. Ja, ich glaube auch. Union Gurten war natürlich das 5-2-2-Cup. Außer Lustiger 5-0. Das heißt, sie haben auf jeden Fall Kanter-Siege. Gegen Gurten war es in der Verlängerung nach 2-2-2. Nein, also deswegen Union Gurten würde ich jetzt nicht ausschalten. War auch Burgstaller nicht dabei. Richtig, aber Lustiger jetzt auch in 15-0. Das heißt, sie haben durchaus Kanter-Siege dabei. Spiele, die natürlich den Fans besonders Spaß machen. Und auf der anderen Seite haben wir, sollen wir noch kurz über Austria Lustiger oder? Ja, können wir kurz anschauen. Ganz kurz angesprochen, Austria Lustiger sieht wohl so aus, als ob der Trainer noch Rückendeckung genießt. Das ist, es funktioniert nicht viel dort. Also es war, das war ja, ich meine, es war ja eine kleine eingeschworene Truppe, die sehr, sehr effizient gespielt hat und sehr viel, da waren eben genug Automatismen, Stefan Sudanovic. Und jetzt wird halt sehr, sehr viel probiert. Das ist natürlich das große Problem. Mack ist verletzt. Hugo Ney ist auch verletzt, allerdings schon auch in Magdeburg. Der hat dort auch eigentlich gut eingeschlagen. Das heißt, da hat man noch nicht wirklich was gefunden. Jetzt hat man zum Beispiel im Andersen probiert. Das war eine große Diskussion. Okay, hat eh schon mal innen gespielt, aber hat nicht funktioniert. Und eben Sudanovic hat es angesprochen, dass Spieler halt an unterschiedlichen Positionen tätig sind. Es gibt auch keine Mannschaft, wo es so schwer ist, eine Startelf vorauszusagen als bei Austria-Lustzina. Bei allen anderen weißt du ganz genau, wer spielt, auf ein, zwei Positionen, kann rotiert werden, kann sich was verändern, okay. Aber bei jeder Mannschaft weißt du die Grundordnung, du weißt die Art und Weise, wie sie spielen und vor allem weißt du, welche Spieler auflaufen. Bei Austria-Lustzina ist das jedes Mal ein Würfelabend. Ja, ist super für die, da kann sich der Gegner nicht drauf einstellen, wie man sieht. Stimmt, aber sie sich selbst auch nicht. Ja, richtig. Das ist das Problem. Gute Mannschaften zeichnen schon aus, dass sie einen klaren Kern haben, einen klaren Stamm und bei Lustzina ist das halt nicht erkennt. Aber die denken auf jeden Fall, wenn man Schneider hört, die denken offensichtlich bereits an die Qualifikationsgruppe. Man weiß, die waren sehr knapp dran. Aber mit zwei Punkten, mit fünf erzielten Toren in zehn Spielen an irgendwas anderes aktuell zu denken, wäre vermessen. Die waren ja sehr knapp dran, muss man sagen, am Europacup. Das war nicht so, das darf man nicht vergessen. Die waren in der Qualifikationsgruppe gut, haben den WRC ausradiert im Playoff. Wir sehen aber trotzdem, dass Mannschaften wie die Austria oder wie Lustenau einfach, die haben einen Goalgetter verloren und das fehlt ihnen in ihrem Spiel. Das sieht man auch anhand der Tore. Aber wer ist grober sieben Tore? Der zweitbeste Torschützer bei der Austria ist Finkas Lani mit einem. Also man merkt da schon eine klare Tendenz, wo das hingeht. Wenn du vorne keinen hast, der die Tore macht, gerade wenn du vielleicht einen Umbruch hast oder nicht so die stabile Mannschaft, dann wird es schwer und bei Austria Lusten auf Friedrichas verletzt seit Wochen auch nicht unbedingt glücklich, weil er weg wollte. Ja, das wird dann einfach sehr, sehr schwierig. Da ist Anthony Schmidt, den Einer Partie in den Doppelpack gemacht hat und das war es. Und ich sehe dort auch nicht unbedingt jetzt die große Trendumkehrwende, wie du so schön sagst. Ja, es wirkt auch so, ob Mannschaft und Trainer noch zueinander finden durchaus, auch wenn Kritik geäußert wird. Aber man hat auf jeden Fall Verständnis, wenn man Dominik Schierl auch gehört hat bei Torkontore. Aber es wird sicher etwas passieren müssen. Müsste man dann auch einmal vielleicht noch genauer drüber reden, aber es ist ihm viel passiert. Wir wissen, der Kader ist spät zusammengekommen und jetzt versucht man sich da halt irgendwie rauszudividieren. Ich muss sagen, Ried war letztes Jahr zu dem Zeitpunkt Schlusslicht mit 5 Punkten, hatte schon den Sieg. Zwei Jahre zuvor war die WSG Tirol letzte mit 8 Punkten, hatte aber schon einen Sieg zu dem Zeitpunkt. Also es ist schon ein sehr inferiorer Start, den die Lust in euch hingelegt haben. Und auch, weil ich es gerade habe, ein paar Jahre zuvor, 2020-21 war Alltag letzter auch mit einem Sieg und 5 Punkten. Man müsste das jetzt weiter spielen, aber das ist definitiv einer der schwächsten Bundesliga-Starts seit langem. Es ist halt schon wirklich viel passiert. Es sind natürlich zwei Punkte in 10 Runden. Es ist eigentlich nicht konkurrenzfähig, wenn man es richtig arg runterbricht. Ja, auch Jahr zuvor hat Mira 10 Punkte. Also das ist schon, es zieht sich durch und bin gespannt. Die müssen mal, wenn die jetzt einen Sieg holen, dann ist das mehr als eine Verdoppelung der Punkte am 11. Spieltag. Aber es ist halt wichtige Spieler weg, okay, aber dann spät Spieler dazu und schwierige Situation. Ich glaube, da hat sich viele, viele Kleinigkeiten haben sich da eingeschlichen und viel hat sich da getan und es wird brauchen, bis die nach oben kommen wieder und vielleicht geht es auch nicht aus. Also ich habe jetzt schnell mal nachgeschaut. Seit der Einführung der 12er-Liga ist es der schlechteste Saisonstart und in der Saison 2017-18, also die Saison davor, hat der St. Pölten mit zwei Punkten, aber immer in acht Toren die gleich schlechte, den gleich schlechten Saisonstart, aber in einer 10er-Liga. Ich hoffe natürlich aber trotzdem sehr, dass die... Zu dem Zeitpunkt auch Sturm der Bellenführer übrigens. Ich hoffe auch sehr darauf, dass Lustenauer das noch schafft, weil es wäre sehr bitter, wenn man dann ein neues Stadion hat und nicht mehr Erstklassig ist. So, aber wir waren ja vorher beim Doppelpack und deswegen gehen wir weiter gleich zum... Doppelpass. Sixpack. Achso. Warum? Okay. Sechserpack. Und jetzt Werbung, damit sich DBLDW nicht von Insignia kaufen lassen muss. Special Tendenz-Gunde. Oho! Zusätzlich 75 Euro Wettkup haben. Richtig tippen wir diesmal doppelt belohnt. Wenn du alle sechs Tendenzen Sieg-Unentschieden-Niederlage, der hat mir halt Bundesligaspiel in dieser Runde korrekt tippst, erhältst du zusätzlich 75 Euro Wettkup haben. Und man hat da länger Zeit dafür, sich das zu überlegen, weil es ist ja Länderspielpause. Vollkommen richtig. Und wer hat vergangene Woche gesagt, dass Klagenfurt-Salzburg 2 zu 2 ausgeht? Tatsächlich. Ja, das habe ich gesagt. Aber du hast mir nicht vertraut und was hast du gedippt? 2 zu 1 für Salzburg. Ja, das war wohl 80 Minuten lang richtig. Aber aber sonst war die die Tendenz bei Sturm und beim Lask und bei Hartberg und bei der Austria und bei Rapid. Aber nicht bei Rapid richtig, weil bei Rapid dachte ich 1 zu 1. Ja, da war ich daneben. Da kann man nichts sagen. Ja. Aber jedenfalls, auf jeden Fall nächste Runde eben zahlt es eben besonders aus, was eben diese Tendenz Runde ist. Wir könnten sie natürlich jetzt, wir können natürlich Folgendes machen. Wir können jetzt so machen, dass ich jetzt diese Woche durchdippen darf und du nächste Woche. Dann hätten unsere Hörerinnen und Hörer quasi zwei Inputs. Gerne. Dann machen wir das. Gerne. Übrigens, noch einmal für alle, die es nicht wissen, warum auch immer. Ich glaube, mittlerweile weiß es sehr jeder. www.admiral-bundesliga.at slash Sixpack. Wichtig, das Minus nicht ausgeschrieben, sondern wirklich das Zeichen admiral-bundesliga.at slash Sixpack. Den Punkt darf man allerdings auch nicht ausschreien und den Slash auch nicht, nur damit man das weiß. Richtig. Genau, Sixpack. Hat es eigentlich schon mal einen Spieler gegeben, der sechs Tore geschossen hat in der Bundesliga? Natürlich. Hans Krankel gegen den GAK. Das waren sechs Tore? Um 11 zu 1, glaube ich. Oder es waren sieben. Ich glaube, sechs oder sieben. Okay, ach klar. Es gibt sicher wieder jemanden, sonst, der uns das Eratum schickt. Ich sollte es mit solchen Sachen sagen. Soll ich tippen diesmal und du nächste Woche? Machen wir so? Oder magst du die Woche? Mir ist das egal. Dann fange ich einmal an. Ich tippe Salzburg gegen den Lask auf ein 1 zu 1. Ich tippe Sturm gegen Hartberg auf ein 1 zu 1. Ich tippe Blau-Weiß-Linz gegen Austria-Lusterna auf ein überraschendes 0 zu 1. Ich tippe Altdach gegen den WRC auf ein 2 zu 2. Ich tippe WSG Tirol gegen Austria-Wien auf ein 1 zu 2. Und ich tippe Rapid Wien gegen Austria-Klagenfurt auf ein 3 zu 1. Ich habe in der Zwischenzeit nachgeschaut. 3.480,59 Euro wieder der Queen in der E5-Euro-Einsatz. Geil. Der Hans Krankel hat sieben Tore in einem Spiel geschossen und sechs Tore in einem Spiel gab es tatsächlich noch nie. Aber fünf Tore von Jonathan Soriano gegen Krödig, Axel Lavaret gegen Salzburg, Hans Krankel gegen Sturm, Gernot Jutin gegen den Sportklub und Hans Krankel gegen Vietmira. Dieser Hans Krankel. Ja. Kannst du einen Torschützen nehmen, der vier Tore in einem Spiel geschossen hat? Vier Tore in einem Spiel? Ah, Paz und Daka sicher. Also es wäre jetzt viel möglich gewesen. Man hätte auch einfach wieder Hans Krankel sein können. Man hätte Roland Linz sein können. Ja, das ist auch Janos, mein Privileg, Monos du Bursch. Ah, man sagt einfach Paz und Daka. Paz und Daka stimmt nicht. Was? Der hat nicht Vietor in einem Spiel? In der Bundesliga, in der österreichischen Admiral-Bundesliga hat er nicht Vietor in einem Spiel. Juni Adamo hat drei erzielt. So, danke für deine Tipps. Tolle Eingabemaske wohlgemerkt. Ja. Und holt euch die Million. Einfach alle sechs Tipps richtig tippen. Und schon seid ihr am siebenstelligen Betrag reicher. Und wenn ihr im Stadion seid in Österreich so wie gestern in Wolfsburg, dann könnt ihr euch freuen. Es gibt nicht nur so Wettgutscheine von Admiral, die einem gegeben werden, sondern es gibt auch, man glaubt es sind Gummibärchen, aber nein. es sind wundervolle, gesalzene, geröstete Erdnüsse. Haben wir geschmeckt, allerdings muss ich auch dazu sagen, ich hätte mich für Gummibärchen nochmal gefreut, aber es waren sehr gute Erdnüsse. Werbung Ende. Also von Admiral gibt es Erdnüsse, weil das ist nicht verständlich. Gratis Erdnüsse. Werbung Ende. Ja okay, Matthias, ich hab's verstanden. Danke, dass du auch da bist. Übrigens, Länderspiel ist ja, Matthias Bascutini, ich sag's euch, haltet's euch fest. The Voice. The Voice is back. Nach dem guten Feedback seines Besuchs in Linz beim FC Liverpool hat der ÖFB angefragt. Hat der ÖFB angefragt und wollte unbedingt, dass Matthias Bascutini beim Spiel gegen Belgien dabei ist und so viel sei verraten. Ja, er hat zugestimmt, wir mussten ihn etwas überzeugen, aber er ist dabei. Er macht das Gott sei Dank und wir sind sehr glücklich darüber. Er wird wieder mit dem Bus fahren, glaube ich, wie ins Baltikum. So wie einst nach Kapfenberg. Also, die Stadt Graz ist mit gewesen, also European Green Capital Geschichte, schon wieder Politik und das ist tatsächlich mit dem Bus drei Tage lang in das Baltikum gefahren. So, aber das ist ja jetzt auch nicht mehr weiter wichtig, weil jetzt müssen wir ja tatsächlich nicht ins Baltikum reisen, sondern in die Zweitliga-Stadien statt zum Zweitliga-Stadien dieses Landes. Zweitliga-Stadien Grüß Gott und herzlich willkommen bei der beliebten Kategorie der Admiral Zweiten Liga aus Österreich. Wir haben heute wieder zwei Fragen an Fabio Schaub und Peter Karl-Wagner stellt diese Fragen und Fabio Schaub wird sie wohl wahrscheinlich beantworten, wobei er schon angekündigt hat, dass er die eine oder andere Frage vielleicht heute nicht beantworten möchte. Wir werden sehen. Welche? Wir haben als Frage gar nichts gesagt. Sankt Pölten in der Krise 1 zu 4 Niederlage gegen Stripfing trotz früher früher Führung in der ersten Minute durch Dario Tadic und das ist schon das richtige Stichwort. Man hat Dario Tadic geholt, man hat Stefan Nutz geholt, okay, ist noch verletzt, aber kommt bald. Man hat Marcel Ritzmeier geholt, okay, ist schwer verletzt, kommt lang nicht mehr. Man hat Dino Wawra geholt, den Aufstiegssportdirektor von Blau-Weiß-Linz. Man hat Jan Schlautraff sowieso. Man möchte als Kooperationsklub von VfL Wolfsburg in die Bundesliga unbedingt, das heißt, da wird ja entsprechend dann auch Geld freigemacht. Und man hat allerdings Jaden Montnor leider abgegeben, der hat 350.000 Euro gebracht, guter Spieler, hat mir ein sehr, hast du mal gestern gesagt, Fabio Schaub. Jedenfalls meine Frage an dich, wie lange schaut sich Wolfsburg das noch an und wann steigen sie bei Wolfsberg ein? Ja, sehr schön. Hauptsache Wolfsklub, gell? Ja. Ja, also du hast sie angesprochen, jeder redet davon, also St. Paul Holtraff ist eine super Mannschaft, bin ich bei dir, aber ich weiß nicht, ob die so viel besser sind als letztes Jahr. Jaden Montnor ist ein Spieler, den sie nicht ersetzen können, nicht ersetzt haben, weil der außergewöhnliche Fähigkeiten hat und wenn jemand 350.000 Euro für einen Spieler aus der zweiten Abmoral-Bundesliga holt und bezahlt, ja dann muss der schon viel Qualität haben und der war einfach ein Spieler, der mit seiner Geschwindigkeit, mit seinen Fähigkeiten für diese Liga außergewöhnlich gut war, der ist weg und du hast sehr richtig gesagt, Ritzmeier ist verletzt, Nutz ist noch nicht dabei, ja der Herr Schlautraff und der Herr Wawra sind sicher Top-Leute, nur die können am Platz auch nicht mithelfen. Schlautraff war echt ein guter Kicker. Ja, aber aktuell schnürt er die Schuhe nicht für diesen Göltener, plus dann kommt noch hinzu, dass Dario Tadic vielleicht die einzige nominelle Verstärkung ist, die sie haben, weil ansonsten ist der Kader jetzt nicht so viel anders, dass man sagt, Don Baxi hat super eingeschlagen, also guter Spieler, wenn ich es aber vergleiche mit Jaden Montner zum Beispiel, also was der für Gefahr nach vorne ausschaut. Don Baxi viele Tore, ich weiß, aber das ist nicht vergleichbar, finde ich, und dann braucht man sich nicht wundern, dass es vielleicht sportlich nicht so gut läuft, man darf jetzt aber auch nicht die Flinte ins Korn werfen, der GERK hat da außergewöhnlich einen guten Saisonstart hingelegt, ich glaube, der zweitbeste Saisonstart der Zweitliga-Geschichte, nur Leoben dürfte irgendwann in den 70er Jahren einen besseren Start gehabt haben und ich glaube, noch nie hat eine Mannschaft in der zweiten Liga nach zehn Spieltagen so einen Punkte-Polster auf den Tabellenzweiten gehabt, also das muss man schon auch in Begracht sehen. Punkte auf Bregenz, nach dem Sieg in Bregenz und aber St. Pölten ist eben halt auch schon elf Punkte hinten und hol einmal elf Punkte in 20 Runden. Stimmt, St. Pölten hat das Spiel gegen den GERK knapp verloren und wenn sie die Partie gewinnen, dann sind sie halt nicht elf Punkte, sondern sind sie der Balance weiter und sind auch fünf Punkte dahinter, also das liegt dann oft eng beisammen, demnach bei St. Pölten, die waren letztes Jahr auch schon, sagen wir mal, vorzeitig haben sie sich verabschiedet aus dem Meisterkampf und ja und jetzt anscheinend noch früher, na, ist noch nicht außer, aber es ist, mich verwundert die große Überraschung auf jeden Fall, also es ist dann doch eher die noch größere Überraschung, dass der GERKAS-Hort Dominanz höher hat. Apropos eng beisammen, die zweite Liga ist verrückt, wie immer, wir haben zwischen Platz 3 und Platz 7 jeweils Mannschaften, die 16 Punkte haben, dann gibt es zwei mit 15, eine mit 14 und dann eine mit 12, 11, 10, 10, 9 und am Stetten eher abgeschlagen. Und die Mannschaft, die derzeit am weitesten nach vorne gereiht ist mit ihren 16 Punkten, ist tatsächlich der St. Pölten-Besieger vom letzten Wochenende, nämlich der SV Stripfing. Wer hätte es sich gedacht, die haben ja gar keine Spieler gehabt, die haben ja noch weniger Spieler gehabt, da hast du Lust in, oder sehe ich, am Anfang der Saison. Das stimmt nicht. Eber Trainingsstart war, glaube ich, mit sieben oder neun Mal irgend sowas ist da. Das ist so schlimm. Duft die wenige rein. Aber es waren wenige, ja. Aber Moritz Welser bei Stripfing wieder zwei Tore erzielt dieses Wochenende und weil wir den immer wieder mal angesprochen haben als alte Freunde des steirischen Weges, habe ich mich dann, habe ich mir in der Folge eine Frage gestellt, ja, Fabio wird Moritz Wels als Kooperationsspieler von SV Stripfing, wenn er sich jetzt tatsächlich einer Form nähert, die zentralen Mittelfeldprobleme bei der Austria lösen können, Hashtag James Holland. Ja, James Holland ist nicht mehr der Jüngste und das merkt man auch seit einigen Monaten, wenn nicht vielleicht sogar seit einem Jahr. Einem Jahr und so ein Spieler wie Moritz Wels wird dann auf kurz oder lang sicher das eine Rolle einnehmen können. Wir werden sehen. Danke für diese sehr diplomatische und sehr rasch formierte Antwort. Du fragst mich jede Woche das Gleiche gefühlt. Ja, es hat jetzt gerade passen. Du könntest mich auch fragen, was bei, ich weiß ich nicht, Dornbirn los ist. Oder wie das mit dem Sponsor bei DSV Leoma ausschaut. Ja, oder warum der FAC den Bierpartner wechselt. Du könntest mich alles möglich fragen. Oder was FC Liefering an 15. Stelle macht. Weil die sind jetzt quasi jetzt weiter von unten. Oder wie Ried mit dem Ausfall von Philipp Bommer umgehen wird. Ja, das ist aber gerade erst kommen. Ja, aber das ist ja eine Info, die stimmt. Ja, aber Gute Besserung übrigens. Du hast das immer aufgemacht, das kann ich jetzt immer aufmachen. Was soll das für eine Verletzung? Kreuzfahrt. Echt jetzt Kreuzfahrt? Ja, leider. Ah, scheiße. Das ist echt bitter. So, jetzt haben wir noch eine Kategorie. Gute Besserung geht raus. Auf alle Fälle. Eine gute Besserung. Und an Ernst Dospiel. Bist bereit? Ich habe diesmal eine andere Strategie. Ich finde, du solltest immer die Relation zu Roman Wallner weitergeben. Das DBLDW-Orakel. 1993 bei einer Reise das Hotelzimmer mit Roman Wallner geteilt. Wie geht's, oder was? Echt jetzt? Bei Frühstück stets das Croissant in der Mitte halbiert. Roman wollte immer die Seite Mitte Marmelade haben. So, das ist jetzt alles schwer. Zweimal österreichischer Meister, zweimal Supercup-Sieger, einmal ÖFB-Cup-Finalist. Hat er jetzt mit Roman Wallner gespielt, oder nicht? Einmal Torschützenkönig der österreichischen Bundesliga. Roland Linz. Einmal Fußballer des Jahres in Österreich. Stimmt das mit 93 jetzt, oder nicht? Als Trainer zweimal Meister in der Regionalliga. Ronny Brunmeier. Er hat zusammen gespielt mit Christoph Westertaler. Werner Bürgler. Christian Stumpf. Jens Lellek. Und Christian Fürstall. War auch mit Andreas Herzog. Goran Tomic. War der war ja. Und Heimo Pfeifenberger. Ja, sehr gut. Das ist jetzt was zu leicht gewesen. Ich hatte noch so tolle Fakten. Nach ihm wurde ein Duschgel benannt. Was? Ja, das Pfeifenberger Duschgel. Das war die frühe Kommerzialisierung der Austria Salzburg. Hat es jetzt echt gegeben? Ja, das war das Pfeifenberger Duschgel. Das hat es gegeben damals in den erfolgreichen Zeiten der Austria, die ja dann auch unter anderem im 94-Moefer-Cup-Finale waren, wo die Salzburger selbst sagen, dass teilweise mehr Frauen als Männer im Stadion waren, weil das ja Boyband-Charakter hatte. Ja, Heimo Pfeifenberger war echt schön. Und man hat das damals wirklich versucht, auch finanziell auszunutzen unter Quenberger, indem man dann das Pfeifenberger Duschgel machte. Elfte in der ewigen Bundesliga-Torschützung ist er mit 117 Toren und er ist damals als Stadion-König mit 14 Toren geworden. Also auch eine Seltenheit. In zwei Wochen hat ihn der Andi Gruber schon. Und ja, Trainerstationen waren dann so lala, also Auslandsstationen bei Bremen. Ich weiß, da war er aber eher Seitenspieler, Stürmer, glaube ich. Ja, genau, im Mittelfeld. Und ja, dann als Trainer in Krödig gewesen, war dann auch mal in Wiener Neustadt. WRC, wie wir uns erinnern können, sein Co damals, Christin Ilzer. Ja, bei Neustadt auch schon. Ja, in Neustadt auch schon, stimmt, ja. Und dann war er eine Auslandsstation in Litauen beim FK Sudowa. Da ist Daniel Offenbacher Meister geworden, oder? Und dann war er, es stimmt, dann war er sehr lang wieder in Krödig, Trainer. Aber sportlicher Leiter dann zuletzt, oder? Und ist dort eben Sportkoordinator, sportlicher Leiter. Also nicht mehr, okay. Und ja, ist, glaube ich, ein Krödig und fühlt sich da, denke ich, einfach mal sehr wohl. Schön. Ja, ist auch mit Krödig in die zweite Liga damals aufgestiegen. Eine schöne Geschichte. Krödig, ultra. Ich habe mir gedacht, die haben ein cooles Logo. Die, vielleicht ist das was, was man dir, ach ja, schade. Ich habe gedacht, das wird schwieriger, aber du bist wirklich ein Experte in dem Bereich schon. So, gibt es noch irgendwas? Ja, wir sind Autoren, aber dazu das nächste Mal. Ah ja, wir sind Autoren. Ja. Aber Thomas Seidel ist auch Autor. Ich habe mir aufgeschrieben, wann wird Philipp Hosiner ein Thema bei der Wiener Austria und dann hat Kuba dreimal getroffen, aber Hosiner schon wieder bei den Young Violets mit einem Tor, also der könnte da definitiv helfen. Europa Cup haben wir gar nicht besprochen, oder? Europa Cup haben wir nicht besprochen. Machen wir schnell. Ja. Du hast einen schönen Rundentitel, den wir nicht verwenden, wenn der war, der mir sehr gut gefällt. Der Lask hat nothing to lose. Ja, also die haben jetzt nichts mehr zu verlieren in der Gruppe nach zwei Auftragsniederlagen. Die können jetzt frei und entspannt einfach völlig überraschend Union Saint-Guyloin zweimal besiegen und dann doch noch in die Conference League umsteigen. Sturm hat das Schnittspiel auswärts gegen den großen Gegner Rakow relativ souverän muss man sagen tatsächlich gewonnen. Also Sturm haben wir eh schon besprochen, sie gewinnen die Spiele dann natürlich mit großem Unterschied. Das war wieder dann knapp, weil nur ein Tor ähnlich wie mit Wolfsburg. Aber trotzdem waren die bessere Mannschaft mit besseren Chancen und beim Laskwasser war auch schade, weil die haben auch gut gespielt und diese viel zitierten 200er leider vergeben und ja gut, Salzburg haben wir schon besprochen in der Vorschau. Genau, auch noch einmal die Info von allen anderen, die uns vielleicht nur immer Dienstag früh hören. Danke dafür. Auch Donnerstag gibt es eben uns zu hören mittlerweile immer zweimal die Woche, einmal eben wie gewohnt in der aktuellen Episode, die Dienstag früh rauskommt und Donnerstag in der DBLDW Vorschau mit Thomas Seidel, Peter K. Wagner Wagner und meiner Wenigkeit wo wir drei Autoren an einem Ort kompakt in 20 bis 25 Minuten unglaublich. Genau, das war toll, das war toll, das war toll, wie du das gesagt hast. Und hört es auch da wieder rein. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann schickt es einem Freund und wenn es euch nicht gefallen hat, ihr habt sicher auch Bekannte, die ihr nicht so gern habt. So, das war es dann glaube ich von unserer Episode. noch immer gut. Ja, der ist gut. Aber wir haben so viele neue Hörer und Hörerinnen, dass der zieht. Richtig. So wie ja die Neuen alle nicht wissen, dass ich früher, um die Klammer wieder zu schaffen, früher die WSG absolut verachtet habe. Das stimmt, das finde ich gut. Werde ich jetzt in mein Auto steigen mit meiner WSG-Wimpel und wünsche euch eine schöne Woche. Guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt. WSG-Wimpel. 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 WSG-Wimpel.